Hallo und herzlich willkommen bei SolidCamp Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCamp 2016 zeige ich Ihnen Erweiterungen im Jobtyp Phasenerkennung. An diesem Bauteil im Arbeitsbereich sind unter anderem Radien enthalten, die nun mit einem Filter von der Geometrieerkennung ignoriert werden können. Des Weiteren ist ein Filter eingefügt worden, um Körperkanten wie diese zum Beispiel über einen Längenfilter ebenfalls von der Erkennung zu ignorieren. Die Phasenerkennung ist ein Jobtyp aus der automatischen Feature-Erkennung und Bearbeitung und steht jedem Fräskunden zur Verfügung. Ich starte einmal die Phasenerkennung und in der ersten Registerkarte Geometrie wird die Geometrie mit Neu gewählt. In vorangegangenen Versionen von SolidCamp enthielt der Filter ausschließlich einen Kreistaschenfilter. Dieser ist nun erweitert worden. Mit dem Kreistaschenfilter haben Sie die Möglichkeit, Bohrungen oder Kreistaschen von der Bearbeitung auszuschließen. Wenn ich hier zum Beispiel diese Bohrung, diese Kreistasche anwähle, wird der Durchmesser von 50 mm eingetragen. Bedeutet, alle Kreistaschenbohrungen, die kleiner als 50 mm sind, werden nun von der Volumenerkennung ignoriert. Darüber hinaus verfügt die Version SolidCamp 2.16 nun über einen minimalen Kantenlängenfilter. Mit dieser neuen Option besteht nun die Möglichkeit, solche Geometrien anzuwählen und das Maß wird hier in diesen Filter eingetragen. Bedeutet, alle Kanten, die kürzer als 8 mm oder 8 mm sind, werden ebenfalls von der Volumenerkennung ignoriert. Ein zweiter neuer Parameter ist, ignoriere an Radien angelegte Kanten, damit solche Körperkanten ebenfalls von der Geometrieerkennung ignoriert werden. Danach wird das Volumenmodell angewählt und alle zu entgratenen Geometrien werden automatisch in diesen Filter eingebaut. Sie sehen, alle Flächen mit den dazugehörigen Z-Tiefen werden von der Erkennung gewählt und nun mit OK abgespeichert. Die restlichen Parameter sind ein Werkzeug. Ich wähle ein Kegelsenker, Durchmesser 6. In der Registerkarte Ebene wird von mir die Phasentiefe manuell eingegeben und in der Registerkarte Technologie sehen wir den schneidenden Durchmesser und einen Sicherheitsabstand, der dafür sorgt, dass solche Körperkanten kollisionsfrei entgratet werden können. Das Ganze wird dann gespeichert und berechnet und kann danach simuliert werden. In der Standardsimulation auf CAD-Modell sehen wir das Werkzeug, das Werkstück und die Werkzeugbahn. Ich lasse das Ganze mal etwas schneller ablaufen und wir sehen, wie alle Körperkanten dieses Bauteils, die zuvor erkannt wurden, entgratet wurden. In der Volumensimulation Solid Verify können wir uns das Ganze dann noch etwas anschaulicher simulieren. Wir sehen, wie kollisionsfrei alle Körperkanten bearbeitet werden und über den neuen Filter werden diese Körperkanten ignoriert und außerdem die Radien und alle Kreistaschen, die mit dem Filter ebenfalls ignoriert wurden. Vielen Dank für Ihr Interesse an SolidCAM. Für weitere Informationen und SolidCAM-Professorbeiträge besuchen Sie unsere Webseite www.solidcam.de